Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Illy, herzlich willkommen beim KSC. Heute Trainingsauftakt und damit auch für dich der Start in das Abenteuer KSC. Nenne ich es mal, mit welcher Gefühlslage bist du heute in den Wildpark gefahren? Ja, ich freue mich tierisch auf die neue Aufgabe und eigentlich will ich nur, dass es losgeht. Jetzt haben wir angefangen mit dem Fotoshooting, macht auch Spaß, aber gleich geht es los und darauf freue ich mich extrem. Auf was guckt man da, auf was achtet man da, wenn man jetzt in eine völlig neue Mannschaft kommt oder kennst du jemanden? Ich kenne persönlich durch niemanden, aber ich wurde jetzt schon von ein paar Spielern empfangen und das war auf jeden Fall sehr freundlich und das motiviert mich und nimmt mir auch so ein bisschen die Angst, weil immer in eine neue Mannschaft zu kommen ist nicht so einfach, aber bis jetzt freue ich mich und passt alles. Die Reaktionen auf deinen Wechsel waren durchweg positiv, alle haben sich tierisch gefreut und viele haben gesagt, wow, so jemand wechselt zum KSC, du warst von vielen anderen Teams auch umworben. Was hat am Schluss den Ausschlag gegeben zu sagen, ich gehe zum KSC? So wie ich empfangen wurde, die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft von den Menschen, die einfach das Gesamtpaket hat gepasst und es hat mir persönlich den Schub gegeben, hierher zu kommen. Vereine, andere Vereine, ja, können vielleicht etwas anders bieten, aber beim KSC fühle ich mich wohl und da kann ich mich auf jeden Fall weiterentwickeln und das ist das Wichtigste für mich. Das eine ist, dass die Auswärtigen sozusagen, die Außenstehenden sagen, was du drauf hast, das andere ist natürlich, was du dir selbst vorgenommen hast. Was steht da auf dem Tablett für dich? Gut anzukommen im Team und dem Team auf jeden Fall weiterzuhelfen und dadurch steigt auch der persönliche Erfolg, also es bringt mir nichts, jetzt nur auf mich zu schauen. Natürlich will ich mit dem Team Erfolg haben und wir werden sehen, wie weit der Erfolg geht. Der Karlsruher SC präsentiert WildparkTV. Powered by Baden TV